So, in dem Video habe ich ein Messer von Wartech. Ich habe wieder ein bisschen geshoppt. Oh, das ist wieder so ein Multicolor Messer. Finde ich super geil. Wie nennt sich das denn? Ist das ein Multicolor? Ich weiß es gar nicht. Ok, ich packe es auf jeden Fall erstmal aus. So sieht es aus. Wenn einer von euch wissen sollte, wie sich das nennt, dieses Mehrfarbige, dann kann einer das gerne mal sagen. Ich habe jetzt einfach mal Multicolor Messer gesagt. So sieht das gute Stück auf jeden Fall aus, von Wartech. Ich habe keine Ahnung, wie man es benutzen soll. Es ist auf jeden Fall richtig nice. Es ist natürlich nur, hier steht USA Design, Crafted in China. Es ist natürlich nur billiger, billiger Stahl. steht hier 3CR13 Stil. Ich weiß jetzt nicht, was 3CR13 Stil ist. Auf jeden Fall fühlt es sich schon recht billig an. Oh, aber es ist echt mega scharf. Und ich weiß nicht, wie ich es halten soll. So. Ich kann es nicht richtig halten, ich habe einen vorsichtigen Winkel, aber es ist mega scharf. Auf das Messer. Also. Das ist ja geügel. Das wird sich ganz gut bei mir an der Wand machen. Ich werde euch das dem verlinken, wie gesagt. Guckt gerne auch mal bei dem Shop rein. Ich finde mich persönlich, finde ihn mega. Bis denn dann. Ciao. Ciao.